hallo mädels und jungs willkommen zu einem neuen video von eddie und jules wer hätte es gedacht dass es in las wegas regnet überhaupt wenn wir hier sind begleitet von wolken und starken wind hat es in las wegas geregnet während wir im aquarium zur besichtigung waren ja das ist das abschluss video der amerika serie wir steigen in circa vier stunden in das flugzeug zurück nach österreich ich hoffe sie haben euch gefallen und ich wünsche euch noch eine unfallfreie saison 2019 und natürlich bleibt mir nur noch eines wünschen übrig wie immer oben bleiben